Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Otto, der Film von Xaver Schwarzenberger und Otto Walkes. 14,5 Millionen Zuschauer, zusammengenommen Ost und West, haben diesen Film 1985 gesehen. Jetzt aber gibt es eine Debatte um diesen Film. Dieser Film soll rassistisch sein. Festgemacht wird das an einer einzigen Szene. Und diese Szene, die schauen wir uns jetzt ganz genau an, aber wir kontextualisieren dann diese Szene auch. Und wir werden sehen, dass dieser Film nicht rassistisch, sondern genial ist. Otto, das ist ein Leitmotiv in diesem Film, hat immer wieder drei Probleme. Und so heißt es dann auch ziemlich am Anfang einmal, ich hatte eine Einladung, ich hatte nichts Passendes anzuziehen, ich hatte nicht einmal 50 Mark für eine Fliege und dann kommt es, das Einzige, was mich noch retten konnte, war ein Neger. Zitatende. Ein schwarzer US-amerikanischer GI mit Ghetto-Blaster auf der Schulter kommt entlangspaziert. Gespielt wird er von dem Fassbinder-Schauspieler Günther Kaufmann. Und Otto verwickelt den GI in ein Gespräch. Und dieses Gespräch ist an Blödsinnigkeit nicht zu überbieten. Und genau das wird aber auch in dieser Szene von den beiden ausgestellt. Otto sagt dann auch schwarzer Kopf, schwarzer Bauch, schwarze Füß. Und der GI antwortet schwarze Füß. Otto zeigt seine schwarzen Füße. Und dann gibt es einen kleinen Bruch. Dann ändert sich die Stimmung. Man muss die Szene wahrscheinlich sehen, um diese ganzen Nuancen mitzubekommen. Dann sagt nämlich Otto in einem anderen Tonfall, aber jetzt mal ganz im Ernst, hast du Lust, dir 50 Mark zwischendurch zu verdienen? Und zwischen beiden findet sofort eine Verbrüderung statt. Und hier wird nochmal gezeigt, dass wir es mit einer hyperironischen Szene zu tun haben. Warum aber verwendet Otto jetzt das schon damals diskriminierende N-Wort? Wenngleich wir heute bei diesem Wort noch sensibilisierter sind. Das funktioniert nur mit der Figur Otto. Denn Otto verkörpert den reinen Tor in diesem Film und vielleicht auch sonst immer. Er ist völlig naiv. Er reproduziert immer nur herrschende Diskurse. Er schnappt auf, was er eben so hört und das sagt er dann auch. Und das aber dann in einer so völlig übertriebenen Weise, dass uns dabei als Zuschauern ein Spiegel vorgehalten wird, zum Beispiel was unseren Alltagsrassismus anbelangt. Darauf kommen wir später nochmal zurück, denn es gibt so eine Spiegelszene zu dieser gerade beschriebenen Szene. Otto selbst hat, egal was er tut, keine bösen Absichten. Und wenn doch, dann tauchen sofort Engelchen und Teufelchen auf und es siegt immer die gute, anständige Seite. Nur einmal nimmt Otto tatsächlich eine alte Dame aus, aber diese Dame ist auch eine Rassistin. Otto und der GI haben nämlich die Kleider gewechselt. Otto klingelt in einem Wohnhaus bei einer alten Dame und erklärt, dass bis übermorgen der Sklavenhandel noch erlaubt sei und dass sie jetzt eben die letzte Gelegenheit haben, nochmal zuzugreifen und dann stellt er ihr einen Sklaven vor. Otto imitiert dabei erneut einen rassistischen Diskurs, nämlich er macht vermeintliche afrikanische Schnalzlaute nach und der Mann ist ja ganz offensichtlich Amerikaner und der kommt dann eben angesprungen und das macht Otto aber nicht, weil er davon überzeugt ist, sondern er möchte jetzt diesen Diskurs der Dame bedienen, ihre Denkweise bestätigen, damit sie auf dieses Geschäft einsteigt. Und die Dame erklärt dann auch, ja mein Mann arbeitet im Ministerium, man könnte sich vorstellen, dass da auch noch irgendeine Altnazi-Vergangenheit ist. Und dann sagt Otto, das ist er, Bimbo. Und sie fragt doch ganz neugierig nun, was soll er denn kosten? Als die Dame also erfährt, dass es legal sei, sich einen Sklaven zu halten, da steigt sie gleich auf das Geschäft ein. Also sofort ist die Herrenmenschenideologie wieder da, sobald sie eben legalisiert ist wieder. Aber auch die Dame wird nicht gänzlich desavouiert, muss man sagen. Es gibt so eine Restsympathie, die wir mit ihr haben, nämlich deshalb, weil sie dann den vermeintlichen Sklaven bei sich aufnimmt. Und das Erste, was sie macht, ist, den Sklaven bedienen, sie serviert ihm Kaffee. Dann gibt es erneut eine Dialogszene zwischen ihr und Otto. Otto klingelt nämlich jetzt so, als er eine Art Typ vom Ordnungsamt verkleidet und fragt, halten Sie Sklaven? Und sie antwortet sofort dann eben in diesem legalen Prinzip, aber der Sklavenhandel ist noch bis übermorgen erlaubt. Und dann sagt eben Otto, das ist richtig, aber ist er auch angemeldet. Und weil er das nicht ist, werden dann ihr 100 Mark abkassiert, die sich dann der G.I. und Otto nachher teilen. Wir müssen nun einen kleinen rechtsphilosophischen Exkurs unternehmen, um diese Szene deuten zu können. Wir müssen nämlich unterscheiden zwischen dem positiven Recht, also dem Recht, das in einem Staat dann gerade gilt, und dem Naturrecht, also der Frage, gibt es auch ein Recht, das immer gelten muss, egal welche Regierung zum Beispiel gerade an der Macht ist. Auf das positive Recht bezogen sich die Nazis nach 1945, um sich zu entschuldigen. Sie sagten, Gesetz ist Gesetz, das war damals eben rechtens und das kann ja jetzt nicht falsch sein. Der Film Das Urteil von Nürnberg nimmt genau diesen Diskurs auf und verhandelt das ganz großartig, weil da auch ein Nazi-Anwalt genau so argumentiert. Und dagegen stehen aber die Menschenrechte. Nach 1945 entstand dann die sogenannte Rathbruchsche Formel. Der Rechtswissenschaftler Gustav Rathbruch beschäftigte sich in seinem Aufsatz Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht eben mit dieser Frage, wie ist denn das, wenn ein Gesetz nicht mehr gilt, war es denn einmal Unrecht oder wie verhält man sich da? Und er schreibt, dass das Recht sicher sei, dass es nicht heute und hier so morgen und dort anders ausgelegt und angewandt werde, ist zugleich eine Forderung der Gerechtigkeit. Wo ein Widerstreit zwischen Rechtssicherheit und Gerechtigkeit, zwischen einem inhaltlich anfechtbaren, aber positiven Gesetz und zwischen einem gerechten, aber nicht in Gesetzesform gegossenen Recht entsteht, liegt in Wahrheit ein Konflikt der Gerechtigkeit mit sich selbst, ein Konflikt zwischen scheinbarer und wirklicher Gerechtigkeit vor. Diesen Konflikt bringt großartig das Evangelium zum Ausdruck, indem es einerseits befiehlt, seid untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat, also positives Recht, und doch andererseits gebietet, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, Naturrecht. Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das positive, durch Satzung und machtgesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist. Wir empfinden manche Gesetze als ungerecht, manche sind ungerecht, aber es gibt jetzt eine, wir müssen es akzeptieren. Aber, er schreibt dann, es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Und weiter heißt es, wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, also damit wäre Sklaverei natürlich verboten, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewusst verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur unrichtiges Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. Und bezogen auf die Nazizeit sagt er dann noch, an diesem Maßstab gemessen sind ganze Partien nationalsozialistischen Rechts niemals zur Würde geltenden Rechts gelangt. Er hat dann noch einen kleinen Aufsatz geschrieben, 5 Minuten Rechtsphilosophie, da macht er nochmal deutlich, es kann Gesetze mit einem solchen Maße von Ungerechtigkeit und Gemeinschädlichkeit geben, dass ihnen die Geltung, ja der Rechtscharakter, abgesprochen werden muss. Es gibt also Rechtsgrundsätze, die stärker sind als jede rechtliche Satzung, so dass ein Gesetz, das ihnen widerspricht, der Geltung wahr ist. Man nennt diese Grundsätze das Naturrecht und oder das Vernunftrecht. Und genau das haben wir eben hier. Otto greift diese Debatte wieder auf. Die rassistische Dame argumentiert sofort wie die Nazi-Verbrecher von eins, Gesetz ist Gesetz, aber bis morgen ist doch der Sklavenhandel noch erlaubt. Sie bezieht sich allein auf das positive Recht. Dabei ist eben bei der Sklaverei, die auf unerträgliche Weise eine Ungerechtigkeit dar, sodass man sich auf das positive Gesetz eben nicht mehr beziehen kann. Indem Otto sarkastisch beim Geldeintreiben dann noch sagt, ich bin ja kein Unmensch, bezieht er sich mit der Formulierung Unmensch selbstverständlich auf die Menschenrechte. Und in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es dann auch, niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel in all ihren Formen sind verboten. Otto verhandelt hier in dieser grandiosen Szene Deutschlands NS- und Kolonialgeschichte. Noch etwas steckt in dieser Szene. Der autoritäre Charakter der Deutschen. Sobald sie auch nur eine Fantasieuniform sehen, sind sie sofort bereit zu gehorchen. Das ist die Untertan-Mentalität. Hauptsache eine Uniform. Davon berichtet ja schon das wunderbare Stück der Hauptmann von Köpenick. Und es ist auch noch eine schöne Wendung, dass wir es hier mit einem G.I. zu tun haben, mit dem das hier alles verhandelt wird. Gehörten doch die Amerikaner zu den Befreiern Deutschlands. Am Ende der Szene gibt es dann auch wieder einen Bruch mit all dem. Nämlich der G.I. fragt im akzentfreien Deutsch, wofür brauchst du eigentlich das Geld? Und hier wird nochmal ganz klar, er ist sich dieses Spiels sehr bewusst. Er ist damit ein souverän handelndes Subjekt. Die Szene an sich ist nicht rassistisch, sondern das Gegenteil. Betrachten wir aber nun den gesamten Film und wir werden eine Überraschung nach der anderen erleben. Nun kann sich Otto die Fliege leisten, denn er hat ja eine Einladung in die Villa der Konsulin von Kohlen und Reibach, denn er hat deren Tochter zufällig gerettet. Und von dem Butler wird er dann gleich nach einer Karte gefragt, aber Otto kann damit gar nichts anfangen und zieht eine Spielkarte. Abgelegt wird diese vom Butler auf einer Mohrenfigur im Foyer. Also wieder ein ganz direkter Bezug zum deutschen Kolonialismus. Und später im Nobelrestaurant Crème de la Crème, da sitzen dann auch eben der Geldadel im wortwörtlichen Sinne, also Kohlen und Reibach, zusammen am Tisch mit dem Klerus und dem Militär. Otto verliebt sich in die Tochter, doch Ernesto, ein Hochstapler, steht dem im Wege. Auch hier sehen wir wieder jemanden in Kolonialherren-Manier, denn Ernesto zeigt stolz bei einer Diashow, wie er erst einen Jaguar erlegt und wie er dann mit seinem Diener, der in einer Unterwerfungsgeste vor ihm sitzt, posiert. Zugleich hat die Konsulin nicht nur ein Butler, sondern auch Zofen und das Ganze gemahnt mehr ans 19. Jahrhundert als ans 20. Jahrhundert. Zugleich müssen wir bedenken, dass Otto unter einem enormen ökonomischen Druck leidet. Er hat hohe Schulden bei dem Kreditei Schark. Otto will jetzt Unternehmer werden, um sich daraus zu befreien. Hier wird die 80er-Jahre Juppie-Ideologie angesprochen, aber er liest auch die ganze Zeit schon so einen Coaching-Ratgeber und die Parallelen zum YouTube-Coaching sind wunderbar zu ziehen und alles stimmt auch heute noch. Otto soll dann ein Geschenk von der Familie Kohlen und Reibach als Dank erhalten und er hofft, dass das jetzt ihn finanziell endlich rettet, aber er erfährt dann von der Konsulin, Geld kann einem solchen Mann natürlich nichts bedeuten. Das ist selbstverständlich die Position der Reichen und diese Position muss man sich leisten können. Und es gibt auch den Klassismus der Reichen. An einer anderen Stelle sagt die Konsulin zu ihrer Tochter, von solchen Leuten wie Otto lässt man sich nicht das Leben retten. Otto ist sehr verzweifelt. Wir sehen ihn dann, wie er arbeitet, zum Beispiel auch in einer Fleischereifabrik und er sagt dann irgendwann, ich wusste gar nicht, dass ehrliche Arbeit so gefährlich ist. Gab es denn kein Gesetz, das Menschen vor ehrlicher Arbeit schützt? Grüße nach Gütersloh. Kommen wir nochmal auf das N-Wort zurück. Warum verwendet das Otto? Nun, wir sehen am Anfang, Otto kommt aus Ostfriesland, aus der tiefsten Provinz. Er kommt aus einfachsten Verhältnissen und er ist vollkommen naiv den ganzen Film hindurch. Er sieht etwas und macht es sofort nach. Er reproduziert alles, was er so hört, den herrschenden Diskurs. Das sieht man auch dann sehr komödiantisch, wenn er beispielsweise Kiffer sieht, wie die sich einen Joint weiterreichen. Er reiht sich sofort ein. Er reicht den auch weiter nur eben an einen Polizisten. Er sieht, wie Punker sich Platz verschaffen, indem sie den Mittelfinger in der Bahn zeigen und auch er versucht es dann gleich mal, Otto, aber mit wenig Erfolg. Das heißt, er imitiert etwas, aber er zielt dabei immer über das Ziel hinaus. Er schießt darüber hinaus, und so ist es eben auch bei dem Alltagsrassismus. Das wird in einer Szene deutlich, in der Otto auf einer Baustelle ist, einen Bauarbeiter sieht, da einen Migrationshintergrund vermutet und gleich versucht, ihn mit so einem Idiotendeutsch anzusprechen. Du sagt Zement kannst. Und dieser Bauarbeiter antwortet in akzentfreiem Hochdeutsch dann und fügt dann noch hinzu, immer diese Ausländer. Das ist die Spiegelszene im Prinzip zu der G.I. Szene. Otto, dessen einziger Freund übrigens ein Grieche ist, der überaffimiert die Vorurteile und er weiß gar nicht, was er so genau tut. Er ist vollkommen ahnungslos, so auch beispielsweise in einer Motorradkneipe, in der er dann erst einmal als Aufnahmeritual einen Witz beantworten muss. Und gefragt wird er, wie pinkelt ein Eskimo? Und dann werden eben Eiswürfel auf den Boden plumpsen gelassen. Und Otto lacht sich schlapp und sagt Spitzenwitz. Und dann sagt der stämmige Wirt Scheißwitz, uralt und außerdem rassistisch. Also hier sehen wir diese unglaubliche Naivität und es ist schön, wie er dann reglementiert wird. Dieser Film ist voller Verweise auf andere Filme. Nicht nur, weil der Regisseur mit Fassbinder zusammengearbeitet hat, nein, auch Singing in the Rain. Casablanca tauchen da auf. Es gibt eine wunderbare Szene mit Johannes Hesters, der noch einmal als gealterter Danilo zu sehen ist. Im Hintergrund hört man, da gehe ich ins Maxim. Und es gibt eben auch eine Parodie auf Michael Jacksons Video Thriller. Und zwar geht Otto mit seiner Angebeteten über den Friedhof und aus den Gräbern stehen plötzlich Heinos wieder auf. Die Grabplatten werden weggerückt und dann kommen Heinos heraus. Diese Szene wurde immer gerne als Heino Parodie gelesen. Aber in Wahrheit wird hier was anderes gezeigt. Wir sehen hier die Deutschen als Zombies. Die Deutschen kommen wieder. Die NS-Geschichte steht wieder auf. Schwarzbraun ist die Haselnuss. In einem ganz harten Marsch wird das gespielt. Nachher geht es dann ganz in einen Marsch über. Das Lied stammt zwar aus dem 18. Jahrhundert, war aber während der Nazi-Zeit sehr beliebt. Und warum diese Verbindung zur deutschen Geschichte ganz, ganz deutlich ist, sieht man an einem Detail an dem Gitarrengurt. Dieser ist rot und dann geht die Kamera näher ran. Und dieses Muster ist angelehnt an ein Hakenkreuz. Die deutsche Geschichte, die nie vergeht. Also weshalb es keinen Schlussstrich gehen kann. Das wird hier verhandelt. Und dieses Detail ist selbstverständlich nicht zufällig. Sowas geschieht nicht zufällig. Das ist intendiert. Aber es wundert auch einen nicht, wenn man weiß, wer das Drehbuch geschrieben hat. Neben Otto waren es Bernd Eilert, Robert Gernhardt und Peter Knorr, die Satiriker der neuen Frankfurter Schule. Wir sehen hier, wie komplex der Film ist und wie sehr er sich kritisch mit Deutschland auseinandersetzt. Die Rettung liegt für all das natürlich im Humor. Otto hat eine wunderbare Szene auf einer Brücke. Da ist er sehr verzweifelt und sagt, gab es denn nichts auf dieser Welt außer Raffgier und Bosheit und Brutalität. Irgendetwas, was das Leben etwas weniger ekelhaft und schwierig machen könnte. Da musste doch etwas sein. Etwas, das nicht die Taschen, sondern die Herzen füllte. Das die Menschen nicht trennte, sondern zueinander führte. Das wird ironisch gebrochen dadurch, dass wir im Hintergrund sehen, wie sich ein Kardinal und eine Nonne küssen, wie zwei schwule Soldaten eng umschlungen, daher spazieren. Es ist die Utopie der Menschenrechte, die Utopie der Gleichheit. Und diese Utopie wird dann am Ende auch quasi realisiert. Dazu müssen sich aber die Deutschen selbst entwurzeln, der Blut- und Bodenideologie entkommen. Otto und die Familie Kohlen und Reibach, die fliegen nach Brasilien. An Bord sind lauter Karnevalisten. Völlig unbeleckt von geografischem Wissen muss Otto jetzt plötzlich den Pilot mimen und erhält dann einen Flugzeugträger für Rio de Janeiro. Er ist wirklich ahnungslos. Sie landen dann auf einer kleinen Insel. Sie wissen nicht, wo sie sind. Die Konsulin mahnt gleich zur Haltung und Würde und sagt, als erste Vertreter unserer abendländischen Kultur, sofort ist die Kolonialherrenmanier wieder da. Aber dann kommt die Überraschung. Schwarze Indigene ziehen mit nach Hallermarsch, also dem Kontrast schlechthin zum Militärmarsch ein und sagen, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Und die Konsulin antwortet, denn dann geht sie los, die polynesische Polonäse und die Deutschen reihen sich nun einmal hinten in der Polonäse ein. Der Blödel-Humor hebt hier alle Unterschiede auf. Er zivilisiert die Deutschen und auch die Liebe siegt. Wer diesem Film Rassismus vorwirft, will nur schauen, aber nicht sehen. Vielen Dank.